Hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu Life is Strange. Wir sind hier das letzte Mal stehen geblieben und ja im Diner und jetzt reden wir mal noch mal mit dem Polizisten. Wie geht's, Maxine? Wir müssen noch ein bisschen nachspielen. Danke, Officer Barry. Ich weiß, dass ihr euch mit diesem Problem viel mehr als ich beschäftigt, aber es ist schwer zu beschäftigen. Ich bin glücklich, dass ihr die Blackwell Academy repräsentiert. So seltsame Stadt. Wir, ja, wiederholen das geschwind nochmal beim Polizisten. Dann hab ich schon, da haben wir schon alles nachgespielt. Dann nochmal über Kate Marsh. David Madsen. Ich fühle mich, dass David Madsen auf die Blackwell betrifft. Nicht lange. Er ist ein verletztes Kanon. Wir alle ihn für seine Arbeit, aber er ist zufrieden. Er ist zufrieden, dass ich und Chloe sein, dass ich und Chloe sein. Das ist wahr. Er ranzigte über eine verletzte Schäuze, und dann habe ich herausgefunden, dass jemand immer rauskommt, um ihn zu holen. Okay, da haben wir noch mal. Okay, ich gebe dir, Max. So, Rachel and Frank. Nathan said that Rachel Amber represents Blackwell. With Frank Bowers. Bowers ain't no student anymore. Sadly, he does represent one side of Arcadia Bay. Ich will, dass ihr aus dem Orbit ist, okay? Him and that rabid mutt. Ich habe gehört, dass Frank Bowers und seine Puppe sind. Mein Junge liebt sein. Okay, aber da war noch was, was wir noch nicht ausgewählt haben. Und zwar Nathan Prescott. I thought Nathan Prescott represents Blackwell. Well, you don't make me backwash this bacon. You know what the Prescotts represent? Taking over Arcadia Bay? You're not far wrong, Max. I heard the Prescotts are working on some new big land deals. Mr. Prescott helped out my family once a while ago. So I made a deal with him. That I can't seem to get out of. Man, if I could get one instant replay in life. I'd better finish my breakfast first. Ja, Frühstück zu Ende und dann reden wir mal nochmal mit Frank. Hey Frank. What the fuck? So, ähm, gerettete Hunde Drogen kaufen. Also gerettete Hunde. Das hatten wir noch nicht. But you did save all those dogs. One, I'm not acting. Two, who told you about the dogs? It's actually a great story. You're an animal lover. Could I pet the doggy? I could go grab him from your RV right now. I won't even... Huch, falscher Knopf. Ähm, eigentlich wollte ich gar keinen Knopf drücken. Schließen. Ah, jetzt können wir bestimmt irgendwas verschütten. Verschüllen wir das mal. Okay, ja, so kommen wir an den Schlüssel auch nicht. Okay, können wir einfach so nehmen. I'm afraid I'll have to take your keys now, asshole. You did not just do that. Give me back my keys, bitch. Give me my keys now. Ja. Key brought. Now back to Chloe. Ja, wir haben den Schlüssel. Super. So, ja, dann lass uns zurück zu Chloe gehen. Von Victoria eine Nachricht. Victoria. Ich dachte, du wärst bereit für den Vortex Club, aber nach dem Scheiß, den du mit Jefferson abgezogen hast, nie im Leben. Du bist so eine Emo-Queen, dass du nicht willst, dass irgendwer mit ihm nach San Francisco geht. Du bist sogar ein Weichei, dass du nicht mal einer der Klischee-Selfies für den dummsten Wettbewerb eingereicht hast. Es geht immer nur um Max. Du bist doch nur auf das Dach geklettert, um dich selbst zu präsentieren. Nicht, um Kate zu retten. Ich werde dafür sorgen, dass niemand an der Blackwell durch deine W-W-Max-Akt reinfällt. Mach dich bereit. Okay. Ja, die ist echt blöd. Jutz, dann wir haben den Schlüssel. Chloe, wo bist du? Ähm, Chloe? Wo ist überhaupt hier die Tür? Äh, hier, okay. Äh, ja, ähm, Schlüssel? Wohnmobilschlüssel. Ich sollte es haben, den wunderschönen Spider, Max. Ich hätte es nicht getan haben, ohne Frank. Jetzt gehen wir in und raus. Du brauchst das, Max. Auf der Mark, get setz. Schau! Auf den Parkplatz werfen. Ähm, ich denke... Okay, eine Entscheidung. Also auf die Straße wird er bestimmt... Wird er hundertprozentig überfahren. Ich sehe es doch schon kommen. Auf den Parkplatz werfen machen wir. Geh den Tret, Tret, Toi! Ich denke, wir haben das Dach nur unsere B***. Entschuldigung? Jetzt können wir in Frieden schlafen. Aber lass uns nicht Zeit verhören. So, okay, aber dass wir auf den Parkplatz geworfen haben, wird bestimmt andere Konsequenzen haben. Ja, da kam ja auch schon das Zeichen für Konsequenzen. Aber wenigstens wird der Hund jetzt nicht überfahren. Das ist schon ein schöner Fortschritt. Okay, jetzt öffnen wir das mal. Das ist schon ein schöner Fortschritt. Das ist schon ein schöner Fortschritt. Okay, wir brauchen Hinweise über Rachel. So, die meisten Hinweise... Du schaust die Umgebung, während ich... ...hacken, seine Computer für Info. Okay, ich wollte eigentlich am Computer schauen, aber dann schauen wir woanders. Da haben wir einen Hundeschlüssel. Ich dachte, ich... Ja, ich glaube, in der Hundeschlüssel finden wir keine Schlüssel... äh, keine Hinweise. Okay, der Hund heißt Pompidou. Das ist ja ein toller Name. Da ist der Hundefutter. Können wir ein bisschen essen. Flasche. Da haben wir wieder Polizeiradar. Okay, da haben wir den Lenkrad. Das wäre wirklich so cool, dass dieses Baby auf die Straße mit Chloe nehmen würde. Ja, das wäre wirklich sehr fresh. Gut, wir brauchen Hinweise. Geschirr, Baseballschläger. Ich warte, Frank ist für die Arcadia Bay-Brewers zu versuchen. Ja, das bezweifle ich auch. Da haben wir ein paar dreckiges Geschirr. Messer. Gut, zu wissen, Frank hat ein Knife, die sich umgebracht hat. Ich habe eine Frau hier rausgebracht. Es muss ihm Tage dauern, um Porn zu downloaden. Können wir ein bisschen Pizza essen? Können wir ihn die Pizza wegessen? Leider nicht. Plastiktütchen. Da haben wir Schokoriegel. Können wir den wegessen? Natürlich bekommt Frank die Munchies. Da haben wir was. Ich bin froh, dass Frank etwas hier mit Respekt trittet. Ja, das ist eine Anlage. Okay, sehr toll. Da haben wir einen Waschtisch. Wasch... Keine Ahnung, wie jemand so leben kann. Was... Waschtisch. Whoa, was ist der denn mit diesem Hund? Äh... Stemp es! Ja, ähm, ein Waschtisch. Okay. Ein Buch. Können wir ein bisschen lesen. Ist Frank jetzt online online? Äh, Web-Business. Internetgeschäfte für Dummies. Für... Äh, okay. Ja, ist ja ein super Buch. Muss ich mir auch mal kaufen. Gas... Gasbrenner. Wofür braucht er ein Gasbrenner? Das ist ein ziemlich extrem leichter. Okay. Äh, verschreibungspflichtige Medikamente. Sind diese für Frank oder ist er sie verkauft? Oder beide? Ich denke ja beides. Graffiti. So, okay, aber jetzt haben wir nichts nützliches gefunden über Rachel. Ansehen, was? Foto. Bestimmt ein... Das ist fast so schön, dass Frank mit seinem Hund mit seinem Hund seien. Ähm, ja. Was haben wir da? Lüftung. Öffnen. Sind bestimmt ein Haufen Drogen versteckt. Ich könnte diesen Wind öffnen mit dem richtigen Werkzeug. Haben wir vielleicht im Schrank ein richtiges Werkzeug? Keine Geheimnisse mehr. Okay, schade. Schade. Schokolade. Ähm, wir brauchen ein richtiges Werkzeug und das zu öffnen. Das Messer, bestimmt. Ja. Das ist fast so gut wie ein Schlüsselbund. Und einmal das Ding aufbrechen. Äh, das... Das war ja... Das ist ja ein stabiles Messer. Oh, schade. Das Knochen ist gebrochen. Okay, aber das hat uns irgendwie ja nichts geholfen. Kaputtes Messer. Wir können nur das kaputte Messer anschauen. Okay. Da haben wir noch eine Lüftung. Können wir die öffnen? Okay, dieser Wind ist los. Ich brauche etwas, um es öffnen. So, wahrscheinlich hätten wir das Messer da nicht verschwendet, dann könnten wir es jetzt benutzen, aber das Messer ist leider am Arsch. Sonst haben wir hier nichts mehr. Hoffentlich gibt es noch eine Möglichkeit, das zu öffnen. Das Archetype wird die Schokoriegel. Ja, okay. Aber da haben wir leider nichts nützliches, um etwas aufzubrechen. Im Waschtisch ist auch nichts. Ein Plastiktütchen, Schokoriegel. Oh, Frank Stache. Das ist ein ziemlich extremes Lichter. Ja, super. Äh, Medikamente, Buch, Graffiti, funktioniert, alles nichts. Vielleicht, mhm, mit einem Baseballschläger oder auch nicht. Ähm, ja, womit können wir die Gage noch öffnen? Polizeiradar, Lenkrad, Hundefutter, Hundeschüssel, mit Klöcke auch nicht reden. Womit können wir das öffnen? Sag mal, übersehe ich irgendwas? Hier ist es nicht sonderlich groß, um was zu übersehen. Hm. Lüftung, können wir immer noch nicht öffnen. Okay, dieser Wind ist los. Ich brauche etwas, um es öffnen. Ist das für Frank, oder ist er sie verkauft? Oder beide? Ja, äh, äh, ich bin gerade ein bisschen ratlos. Hm. Da mit dem Foto. Oh, shit, der Knopf ist kaputt. Das Messer ist kaputt. Ja, ein kaputtes Messer. Vielleicht müssen wir das mit irgendwas wieder kleben, oder so. Obwohl, denke ich ja nicht. Wir hätten es wahrscheinlich, dass der direkt mit dem Messer schon öffnen können. Aber das habe ich leider erst zu spät gesehen. Chloe ist nicht schade. Sie ist das lieb. Das ist ja ein tolles Poster. Äh, äh, ah, hier haben wir noch nicht geschaut. Zip, Nada, nichts. Oh. Äh, sonst noch irgendwo ein Schrank zum Öffnen. Hier? Nö. Hier. Das haben wir auch noch nicht geöffnet. Kein Preis hier. Pff, man, wirklich. Oh. Da habe ich mich gefreut, dass wir irgendwelche Schränke öffnen können, aber da ist nichts drin, um irgendeinen, um einen Lüft, um einen Lüftungsschacht aufzubrechen. Oh, man, waschtisch. Super. Man, äh, womit können wir diese Scheiße öffnen? Man, äh, ich will es öffnen. Ja, ich bin irgendwie ziemlich dumm. Ja, manchmal vergesse ich, was für Fähigkeiten wir haben. Oh, man. Noch weiter zurück. Noch weiter. Komm schon. Benutze deine ganze Kraft. Los. Oh. Du schaffst es, Max. Nur noch ein bisschen. Nur noch ein bisschen. Komm schon. Ach, ja. Kann noch eine halbe Ewigkeit dauern. Okay, so. Ja, ich vergesse manchmal wirklich die Fähigkeiten. Und öffne das. So, sehr schön. Nehmen. Sag, was haben wir denn? Oh, Mann. Rachel und Franks Hund. Oh, Mann. Okay. Ich weiß nicht, ob ich mich bemerkt oder bemerkt sollte. Franky B. Ich hoffe, das ist das Erste, das du diesen Morgen liest. Tut mir leid, wegen gestern Nacht. Ich war ein abscheuliches Schlampe. Und habe es an dir ausgelassen. Und am Abend. Am A. Und am Armen. Pompidou. Mein Leben läuft gerade richtig scheiße. Und manchmal fühlt es sich an, als könnte ich Arcadia Bay niemals verlassen. Danke, dass es dich gibt. Du bist eines der besten Dinge, die ich hier habe. Und ich lächle, wenn ich an uns denke. Lass uns einfach für immer von hier wegfahren. Werde dich immer lieben. Herz, Rachel. Ähm, okay. Ja. Das ist ja super. Ich bin glücklich, dass Rachel diesen Biest zu fahren hat. Sie sieht wirklich glücklich aus. Rachel hat wirklich mit Frank gehalten. Ich lerne mehr über Rachel, als ich will. Ich verstehe nicht, was Rachel an den Typen findet. Der ist doch widerlich. Ärger im Paradies. Ärger im Paradies. Frank, das, was du getan hast, war nicht in Ordnung. Und schieb es nicht auf die Drogen. Du hast mich erschrocken. Und ich dachte, du würdest dich gar nicht mehr beruhigen. Ich habe dich noch nie so ausrasten sehen. Und das nächste Mal wird es das letzte Mal sein. Ich bin ein Löwe. Und wir sehen nicht zurück. Ich mache mir Sorgen um dich. Uns. Vielleicht wäre es besser, unsere Beziehung zu beenden. Ja, das wäre wirklich besser. Denn die passen auch überhaupt nicht zusammen. Oh, okay. Und das Messer haben wir immer noch in unsere Taschen. So. Chloe, ich habe was gefunden. Kassenbuch. Das macht mich so krass, dass Rachel so wie das für Frank pose hat. Ich habe ihm Lieblätter geschrieben. Ich kann nicht glauben, dass sie Frank schreit. Ich kann nicht sagen, dass sie Frank schreit. Rachel schreit. Ich habe mich direkt auf meine Gesichter. Warum nicht sie sagen? Weil sie wusste, wie du reagierst. Und sie war nicht so ein Freund, oder? Nur eine Person, die mir schreit. Warum hat jeder in meinem Leben verletzt? Mein Vater wird verletzt. Du schreitst auf mich für Jahre. Meine Mutter gloms auf die Stepfache. Jetzt Rachel schreit mich. Chloe, Rachel ist missing. Nobody schreit dich. Bullshit. Wer hat nicht? Fuck everybody. Chloe! Ich bin nicht. Ja, aber bevor wir mit ihr reden, werde ich erstmal hier die Folge beenden und ja, ich hoffe euch hat die Folge gefallen. Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung freuen, über einen Kommentar und natürlich ein Abo. Ja, dann was als nächstes passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Panther. Dann ciao.